Ahoi und willkommen zurück. Heute mit einem Artikel, den ich zugegebenermaßen bei Better Bachelor geklaut habe. Er hat das gerade gemacht, aber ich fand den gut und wollte ihn mal mit euch teilen aus dem Ivy Magazine. Und das ist von einer Frau, von Frau Braun. Jedenfalls geht es um die Entwicklung am modernen Dating-Markt und es sind viele Beobachtungen drin, die ich auch schon in anderen Videos gesehen und geteilt habe, aber in der Zusammenstellung dann nochmal ganz interessant. Also, junge Amerikaner sind beim Dating so miserabel, dass sie es selbst vom Markt nehmen. Warum? Und gleich mal eine in die Luft schaune Tinderella, die nicht weiß, wie hier geschehen ist. Warum ruft mich Chad nicht an, denke ich da gleich. Es ist heutzutage selten, dass wir Gemeinsamkeiten finden, aber da sich die Welt der Beziehungen in unserem Land dramatisch verändert, sind wir uns alle einig, Dating ist im Moment wirklich scheiße. Die 2020er Jahre haben Amerika in eine neue Ära der Menschheit katapultiert, als wir uns inmitten der Sperrung von dem Virus, einer Entwicklung in die virtuelle Realität und das Metaversum und der Zunahme nicht traditioneller Trends bei Dating und Ehe durch eine weitgehend digitale Welt bewegt haben. In unserer zunehmend gespaltenen Kultur verlieren wir die Fähigkeit, uns auf sinnvolle und tiefgreifende Weise zu verbinden und den Weg der Gesellschaft zu verändern. Im Namen des Fortschritts, in Anführungszeichen, ändern wir Tag für Tag grundlegend die Natur von Beziehungen, aber es stellt sich heraus, dass die Amerikaner nicht das Gefühl haben, dass wir überhaupt Fortschritt machen. Ja, mit Fortschritt meint sie den Fortschritt der Woke-Kultur und der Liberalisierung, die ja in Amerika wahnsinnig voranschreitet. Also das kriegen wir hier so teilweise schon ab, aber das wird noch wesentlich stärker rüberschwappen. Also da sind sie, sagte ich, häufiger mal fünf bis zehn Jahre weiter. Aber hier kann man davon ja auch schon viel beobachten. Ein Ende 2020 veröffentlichte Umfrage von Pew Research ergab, dass die Hälfte der Amerikaner sagte, dass Dating in den letzten zehn Jahren schwieriger geworden ist. Insbesondere dank des Aufstiegs der Ich-Auch-Ära und des Online-Dating. Noch schlimmer, fast 70 Prozent von uns sagen, dass unser Dating-Leben nicht gut läuft und 75 Prozent von uns denken, dass es etwas oder sehr schwierig wird, überhaupt jemanden zu finden. Huch, wie kommt das denn? Leider ist es hier nicht geschlechtsspezifisch aufgeteilt. Das wäre nämlich nochmal interessant zu wissen. Also Frauen sind im Endeffekt mit der ganzen Befreiung und dem Karussell letztlich ja noch viel unglücklicher als Männer. Könnte ich mal einblenden. Ja, hier kommt es gleich noch zu Depressionen, sagte ich im letzten Video schon mal, haben vor allen Dingen Frauen. Also ja, was tun mit der neuen Freiheit? Verabredungen und Beziehungen können eine Quelle von Herzschmerz sein, aber sie sind auch eine Quelle unvergleichbarer Freude. Starke Beziehungen und Ehen haben die Fähigkeit, die Gesellschaft zu verändern, daher ist es zwingend erforderlich, dass wir ihnen in Amerika wieder Bedeutung verleihen. Also sie nimmt trotzdem einen klaren Standpunkt ein und sieht, dass das eigentlich die Kernfamilie die Basis der Gesellschaft ist und die Atomisierung allen letztlich. Vorteile bietet auf den ersten Blick aber auf lange Sicht anscheinend nicht. Also warum sind wir so unglücklich? Man könnte meinen, wir leben in der am stärksten vernetzten Zeit der Menschheitsgeschichte. Nie zuvor waren wir durch fortschrittliche Technologie in der Lage, rund um die Uhr 365 Tage im Jahr mit unseren Lebensgefährten oder potenziellen Datingpartnern zu kommunizieren. Es scheint jedoch, dass wir umso isolierter geworden sind, je vernester wir als Gesellschaft zu sein scheinen. Da Schule, Arbeit und Dating in den letzten zwei Jahren hauptsächlich online stattfanden, waren insbesondere Gen Z und Millennials dramatisch betroffen. Also ich glaube, die Generation bis 20 und bis 40, könnt ihr mich korrigieren. Depressionen sind von 8,5% vor der Pandemie auf fast 28% Ende März und Anfang April 2020 laut einer in der Zeitschrift JAMA Network Open veröffentlichten Umfrage unter rund 1441 amerikanischen Erwachsenen in die Höhe geschossen. Da kenne ich noch ganz andere Studien. Beim Gender Award hat Wegnen mal einige Zahlen genannt, gerade bei jungen Mädchen, wie das hochgeht. Anti-Angstmittel 350%, Anti-Depressiva 400%, auch bei jungen Frauen, nicht nur bei den Älteren. Ja, das sieht nicht gut aus. Das ist relativ klar. Depressionen sind ja auch eigentlich ein Schutzmechanismus und evolutionärer. In dem Video, warum man Frauen nie glücklich machen kann, ging es darum, was Gefühle für evolutionäre Bedeutung haben. Und wenn ich jetzt mal eine gewagte Theorie machen darf, aufmachen darf, wird man sozusagen in den Ruhezustand versetzt. Eine Depression soll einen in der Höhle halten, damit man nicht rausgeht, weil draußen ist es gefährlich. Wenn man dann ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich zum Minuspol vielleicht entwickelt hat oder eben häufig verletzt wurde, weil man seine Partnerwahl nicht reflektiert, gerade bei den Frauen, und immer zum Chat rennt. Das muss ich jetzt nicht nochmal erläutern. Da hatten wir genug Videos drüber, warum Frauen neurologisch, psychologisch so reagieren. Und wie sie mit der Überauswahl an Online letztlich umgehen und sich dann wundern, hu, was ist passiert. Ja, hatten wir häufiger. Aber auch Männer, glaube ich, können damit wesentlich besser umgehen. Wenn man eben zum Top Drittel, sagen wir mal, zählt, hat man ja noch Chancen. Wenn man jetzt den unteren zwei Drittel zählt, dann geht man einfach aus dem Markt raus und konzentriert sich auf sich. Wenn man es dann überwunden hat, denkt man sich, okay, ich mache den Spaß nicht mit. Oder wenn ich Chancen noch habe in der Hookup Culture, dann nehme ich halt mit, was ich kann. Männer können wesentlich besser casual SEX haben. Wenn sie sich da wirklich mental darauf einstellen, pff, klar. Und wegkommen von ihrem Need und von ihrem Male Mother Need, zu dem ich immer noch nicht gekommen bin. Ja gut, dann sind wir letztlich die Gewinner eigentlich der Bewegung, der Liberalisierung, die die Frau ja wahnsinnig liberalisieren sollte. Also sowohl an der Spitze, ja klar, die untere Kaste, die dritte Kaste ist halt ein bisschen raus. Aber gut, die kann sich ja auch anderweitig beschäftigen. Aber gut. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zur psychischen Gesundheit von Gen Z ergab, dass junge Erwachsene zwei- bis dreimal häufiger als andere Generationen berichten, dass sie in den zwölf Monaten von Ende 19 bis 20 an selbst um die Eckebringung denken, dieses Planen oder Versuchen. Ja, das ist auch die logische Konsequenz aus den Depressionen. Wir haben die Ehe mit der Hookup Culture, Dinner Dates und Facetime und Engagement mit dem Casual getauscht. Ja. Obwohl es viele Faktoren gibt, die sich auf die psychische Gesundheit in Amerika auswirken, ist es leicht zu erkennen, wie der Aufstieg von Dating-Apps und Online-Dating eine Rolle spielt. Wir haben sinnvolle langfristige Beziehungen durch einen visuellen Marktplatz ersetzt, auf dem wir nach links und rechts wischen, um unsere reine intime Anziehung zu jemandem zu bestimmen. Wir haben die Ehe mit der Hookup Culture, Dinner Dates und mit Facetime und Engagement und dem Casual getauscht. Während wir uns nach menschlicher Interaktion und absichtlicher Liebe sehen, geben wir uns mit einer simulierten Version dessen zufrieden, was wir verdienen. Verdienen finde ich ja spannend in dem Zusammenhang. Ja, jeder hat was Gutes verdient, aber ich glaube, das ist so, dass da merkt man halt den weiblichen Standpunkt. Ich habe doch verdient, hier Liebe zu kriegen. Ich muss doch nicht überlegen, wen ich da nehme. Ich muss doch keine Verantwortung übernehmen für meine reproduktiven Entscheidungen. Wenn Sie scheitern, ich habe keine Schuld. Ich übernehme keine Verantwortung. Kommt mir bekannt vor. Ja, wo ist mein Traumprinz? Aber gut. Die Ära der politischen Korrektheit und der diktierenden Gesellschaftskultur hilft da sicher auch nicht weiter. Die bereits erwähnte Umfrage von Pew Research zur Dating-Zufriedenheit hat ergeben, dass die Menschen unsicher sind, wie sie sich bei Dates in den 2020er Jahren verhalten sollen, insbesondere dank der Ich-Auch-Bewegung. Ja, das ist das andere Problem. Dazu kommt sie gleich noch. Männer wissen nicht mehr, wie man maskulin ist. Frauen wissen nicht, was sie von ihnen erwarten können und alles könnte theoretisch als anstößig empfunden werden. Also hören wir von vornherein auf, es zu versuchen. Kein Wunder, dass wir unglücklich sind. Ja, das hat die feministische Wohlkultur geschickt eingeführt. Schrödingers Rappist. Kann man ja nur sagen, klar, der Beta soll normiert werden. Ja, wenn der dann mal Avancen macht oder sich maskulin zeigt oder mal sagt, ich möchte gern, dann ist er gleich ein Böser. Ja, das haben sie schön eingefädelt, damit sie ja nur noch die Alphas selektieren können. Die jedoch haben halt die Riesenauswahl und hinterlassen einen Trampelfahrt voller gebrochener Herzen quasi. Ja, im Extremfall. Um jetzt wieder mal die Dichotome aufzumachen. Die Ehe gehört der Vergangenheit an. Inmitten unseres Elends haben wir gesehen, wie unser vielleicht wichtigste kulturelle Institution zu verschwinden begann. Die Ehe. Die CDC hat kürzlich die Ergebnisse eines jahrhundertelangen Berichts über die Eheschließung in Amerika veröffentlicht, der von 1918 bis 2018 durchgeführt wurde. Wir stellen fest, dass die Eheschließungsrate in unserem Land bis 2018 auf ein historisches Tief gesunken ist. Tatsächlich war die Heiratsrate 2018 in Amerika die niedrigste seit 1867 im ersten Jahr, in dem die Bundesregierung überhaupt mit der Erfassung von Raten begann. Ja, da muss man sich nicht wundern. Ist doch wohl klar, wenn Frauen diese Auswahl haben und mit ihren reproduktiven Entscheidungen nicht gut genug umgehen können. Und Frauen 80% bei Akademie kann 90% Scheidungen einreichen bei einer Scheidungsrate in Amerika, die, glaube ich, eher gegen 60% geht. Warum sollte man seine Ressourcen sozusagen Opfern ins Risiko gehen, einen einseitigen Vertrag unterschreiben, bei dem er am Ende der Geknebelte ist? In Amerika ist das Scheidungsrecht brutal. Leute haben sich um die Ecke gebracht. Dafür können diese ganzen Unterhaltsforderungen gar nicht bezahlen, die völlig hoch bemessen sind. Das ist ein total ginozentrisches System. Und das wird leider hier nicht reflektiert, woran es denn liegen könnte, dass der Ehevertrag an sich bei diesen Bedingungen gesellschaftlich einfach nicht günstig ist für die meisten Männer. Wenn Frauen in der offenen Hypergamie leben und sich jedes Mal das überlegen können, ach naja, okay, die Butterflies sind weg. Letztens hatten wir das Video, dass nach fünf Jahren die Intimität praktisch am Ende ist in der Ehe bei den meisten. Und dann geht es ganz schnell aufs Karussell, zack. Wunderbar. Und da spritzt es jetzt richtig raus aus den Gurken. Das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Ist gar nicht so einfach hinzukriegen. Wir haben es vorher mit kleineren Gurken ausprobiert und so ist es gar nicht so einfach. Und dann ist die Hefte der Kohle weg, die Kinder weg und langsam wachen die Männer auf. Das ist die logische Konsequenz. Warum sollte ich dann heiraten und ins Risiko gehen? Anstatt zu heiraten, entscheiden sich junge Erwachsene stattdessen für die Ewigkeit und vergessen, dass der Zweck des Datings darin besteht, festzustellen, ob jemand ein guter langfristiger Partner in der Ehre wäre oder nicht. Dating ist das Endziel geworden, anstatt das Interview für den Job. Und als Ergebnis hat unsere Kultur eine halb drin, halb raus, Haltung gegenüber Beziehungen angenommen. Anstatt sich wirklich ihrem Lebensgefährten zu verpflichten. Ja, aber wer hat es gemacht? Ja, ist doch klar, dass alle am Ende zu Minuspolen werden, zu narzisstischen Psychopathen, sagt Wegner dazu. Wenn man sich da auf nichts verlassen kann, sozusagen. Ja, aber wer hat denn den größten Hebel? Ja, also ich meine, die Männer des dritten Standes, würde ich mal sagen, würden sich freuen über eine langfristige Partnerin, die Zusicherungen gibt und nicht verbraucht ist vom Karussell und einen festen Partner sucht. Aber der wird halt nicht der Devil-Chat sein mit den 6-6en, den sie alle wollen. Ja, also hier wird wieder natürlich einseitig sehr beleuchtet, wer eigentlich diese ganze Entwicklung befeuert. Und das sind in der Masse meiner Meinung nach nicht die Männer. Also klar. Ja. Und ich habe diesen Gedanken auch gehabt. Ich hätte auch gern häufiger gesettelt mit einer Frau. War keine Frage, warum nicht? Aber es ging ja nicht. Weil sie eben genau die beschriebenen Frauen sind. Ja, plus 30 plus, Damaged Goods. Emotional Damage. Ehe nicht bindungsfähig, nie ihre Traumata ist aufgearbeitet. Ja, zerstört vom Karussell. Klar, da muss man eben die kurzfristige Belohnung der Langfristigen hinten anstellen und das müsste man eben kommunizieren an der Stelle. Ich sagte mal, auf Tinder würde ich draufschreiben, ab 10 Gurken droht Gurkenvergiftung. Ganz einfach. Da würde es ja schon mal anfangen, anstatt zu sagen, you go girl, hurra, du hast es dir verdient. Nee. Nicht-traditionelles Dating ist auf dem Vormarsch. Mit dem Niedergang der Institutionen der Ehe hat unsere Kultur Platz gemacht für eine neue Ära des Datings mit ganz neuen Werten. Da SEX eher beiläufig betrachtet wird, sehen sich immer mehr Amerikaner Pron an. Tatsächlich haben 28.258 Menschen jede Sekunde ein Auge auf Prons geworfen. Und eins von fünf mobilen Suchanfragen im Internet bezieht sich auf Pronographie. Ja, das ist nicht verwunderlich. Irgendwer hat mal gesagt, das Internet ist geschaffen worden für Pron- und Katzen-Videos. For Pussycats and Pictures of Pussy. Ja. Und gut. Für Teenagers ist der Einfluss der Branche sogar noch tiefgreifender. Das Durchschnittsalter für den Kontakt mit Pronen für Männer in Amerika beträgt nur zwölf Jahre. Und 57 Prozent der Teenager suchen mindestens einmal im Monat nach Pron. All dies geschieht trotz gut dokumentierter Daten, die den Zusammenhang von Pron mit intimer Dysfunktion, Eheproblemen und psychischen Problemen belegen. Ja, gut. Und hier sind natürlich wieder die Männer hauptsächlich im Fokus. Na klar, es liegt am bösen Pron. Nee, es liegt am Disney-Prinzessinnen-Syndrom. Auf der anderen Seite hatte ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Ich glaube, beim Tinder-Schwindler kam das ganz gut raus. Dass die narzisstischen Egos der Frauen sozusagen liberal gefüttert werden, dass sie nur das Beste verdient hätten. Und dementsprechend ist Disney genauso gefährlich wie Pron. Und Frauen schauen auch genug Pron. So ist es ja auch nicht mittlerweile. Also ich will beides nicht gutheißen, wenn man einen ehrlichen Blick darauf macht. Aber sie ist halt eine Frau. Ich finde es ja schon gut, dass sie sich kritisch damit auseinandersetzt. Kultur- und Lebensstilführer drängen auf ein Ende absichtlicher monogamer Beziehungen und führen Polyamorie als glamouröse Alternative zur Tradition ein. Kultur- und Lebensstilführer, ja, die Ritter des Regenbogens halt und ja, die Freunde des Darkrooms. Ja, und sonstige Feministen und Gedöns, klar, die sagen Hurra. Und ermutigen die nächste Generation mit mehreren Menschen gleichzeitig auszugehen. TikTok-Feeds sind mit Videos gefüllt, die Polyamorie zur Norm machen. Und Truples gewinnen Rechtsstreitigkeiten, um ihre Namen alle in die Geburtsurkunde aufzunehmen. Ja gut, dann wahrscheinlich mal ist der Beta-Kack dazu, der auch seinen Namen drin stehen haben will. Finde ich eigentlich fair an der Stelle. Oh Mann. Aber Spaß beiseite. Ja klar, das ist halt der Zeitgeist, der in Amerika natürlich schon noch viel extremer ist. Denken Sie, das ist eine winzige Minderheit der Amerikaner? Denken Sie noch einmal drüber nach. Einer von den Amerikanern sagt, dass sie oder er bereits in einer polyamoren Beziehung war. Und einer von sechs sagt, dass er sie erst gerne ausprobieren würde. Ja gut, ausprobieren Dreier, okay, warum nicht? Aber darin zu leben ist, glaube ich, sehr, sehr ungesund. Funktioniert nicht. Das ist das Modell der offenen Beziehung, zu der ich auch immer sage, es funktioniert schlichtweg nicht. Einer kriegt immer Gefühle. Es war schon in den Kommunen klar, bei den 68ern hat das schon nicht funktioniert. Also da hätte man schon mal genau hingucken können. Nichts gegen die 68er, aber ja, es kommen dann eben die polygamen Strukturen zustande, die Klaus Thiele gerade im letzten Video ja mal angesprochen hat, bei den Affen. Ja, die Befreiung der Intimität heißt nicht, dass alle davon profitieren. Im Gegenteil. Aber es wird halt gepusht, das Narrativ. Ist ja okay. Aber ich will mich da auch gar nicht gegenstellen. Ja, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Aber die Frage ist halt, inwiefern man das gesellschaftlich auch noch pusht. Die eine Sache ist nicht zu diskriminieren. Gar kein Thema. Ja, da bin ich dabei. Sollen alle machen. Aber es sozusagen zu idealisieren und auf die Risiken nicht hinzuweisen, das ist fahrlässig. Die Zukunft des Datings. Man könnte meinen, der Vorstoß zur Intimanarchie, Poli, Amori und Pron würde den Amerikanern das Gefühl geben, so ziemlich alles tun zu können, was sie wollen. Befreit von den Ketten der Beziehungsnormen vergangener Generationen. Stattdessen schauen sich junge Erwachsene den Stand der Dinge in unserem Land an und beschließen, sich da erst gar nichts zu zeigen. Tatsächlich sind die Hälfte der alleinstehenden erwachsenen Amerikaner und die Mehrheit der alleinstehenden Frauen überhaupt nicht auf dem Markt, auf dem Datingmarkt. Ja, das ist dann die Konsequenz. Man hat dann vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, geht dann gleich runter. Ja, beide finden nicht das, was sie wollen. Das sehe ich hier so ein bisschen. Männer kommen halt auf der Dating-App an. Ich kann ja meinen Weg sagen und sehen, okay, ich bin hier raus. Ich kriege da ein Match im Jahr oder was oder alle drei Monate mit irgendeiner, die mit 300 anderen schreibt. Kriege keinen Bunga sozusagen. Merke, okay, gut, ich bin hier nicht erwünscht und gehe dann raus und schaffe mir halt künstliche Intimität oder lasse es halt ganz sein. Die Frauen auf der anderen Seite, das ist eigentlich spannender, haben die das Überangebot. Ja, nehmen Supergaben halt irgendwie nicht als das Überangebot wahr, weil sie ja selektiv sind und kommen dann ins Choice-Paradox und haben so viel selektiert oder auch so viel rumgebungert, dass sie sich nicht mehr binden können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das geht dann eben nicht mehr, die 20er durchballern und dann noch denken, man wäre noch bindungsfähig. Funktioniert leider nicht. Das ist leider hormonelle Realität, hatte ich genug zu gemacht. Deswegen ist es hier wichtig, Frauen zu warnen. Aber wenn man das tut, ist man ja gleich ein internalisierter Misogynist. Logisch. Und ein Patriarch und was weiß ich. Ja, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Da ist die Unterverantwortlichkeit der Frau wieder drin. Klar, A, ihre Übergaben-Dating-Entscheidung nicht zu reflektieren, weil es ja einfach so passiert sein muss. Es ist einfach passiert, Joey. Ja, natürlich, ich weiß. Es ist einfach passiert. Es könnte jedem passieren. Es war ein Unfall, richtig? Du bist ausgerutscht, auf den Boden gefallen und dabei landete zufällig dein Schwanz in meiner Frau. Kennen wir alle, klar. Und am Ende eben vor dem Scherbenhaufen zu stehen. Der Scherbenhaufen ist diese Gesellschaft, die atomisierte Gesellschaft, die sie hier beschreibt. Also dieses Phänomen, wollte ich noch sagen, habe ich aus vielen Teilen auch gehört, dass Frauen irgendwann sich komplett abseilen. Ja, weil das soll man mal nicht denken. Auf der anderen Seite auch, die Männer denken immer, die Frauen leben im Paradies. Tun sie auch. Das Bild kann ich einblenden. Aber für sie ist das auch kein Paradies. Für sie ist das auch eine Falle, sozusagen. Wenn ihnen da keiner mal vielleicht ein bisschen die Augen öffnet über ihre Natur und über ihre Hormone und das alles sozusagen noch pusht, dann kommen ungesunde Mechanismen daraus. Wir hatten mal beim Grannon-Wagnon-Video, glaube ich, diesen Mechanismus im Kopf, dass die jungen Frauen sozusagen sozial normiert sind auf YouGoGirl, aber im Endeffekt daran wirklich leiden und dann sogar komisch finden, wenn einer mehr will als nur das. Ja, wenn einer noch streichelt oder Intimität haben will oder gar vorschlägt, mehr zu haben als ein Hookup, geht direkt in eine Warnlampe an. Und da sind sie schon gar nicht mehr gewohnt. Die sind dann schon irritiert, aber bieten sozusagen dem Alpha, den sie als besten Pick sehen, dann alles an beim ersten Date. Ja, das sind alles so Trends, die halt gesellschaftlich gefördert sind, als liberal gelten, aber eben dann ihre Konsequenzen haben, über die man mal endlich aufklären muss. Das hoffe ich, tue ich hier mal, ohne irgendwem den Spaß zu verderben. Ich gönne es den Leuten. Weil es gibt viele, muss ich jetzt auch mal sagen, die wunderbar mit diesen Dingen leben können, klarkommen, poli, offen, was weiß ich, machen und irgendwie auch damit glücklich sind. Und ich möchte die ja auch nicht diskreditieren oder gar ihnen ihr Leben malig machen. Aber es geht immer darum, welchen gesellschaftlichen Maßstab setzt man. Und es ist wie bei anderen Dingen, die ungesund sind. Es scheint, dass der ständige Drang nach fortschrittlicher Kultur uns nicht wirklich voranbringt, sondern uns in eine herzzerreißende Realität zurückführt. Wir würden lieber in Einsamkeit leben, als die Lehre zu riskieren, die die modernen Datingkultur mit Sicherheit liefert. Abschließende Gedanken. Als freidenkende junge Frauen sind wir es vielleicht nicht nur uns selbst, sondern auch unserem Land schuldig, die Wahrheit über die Mängel der modernen Datingkultur zu sagen und uns in eine neue Richtung zu weisen. Die nächste Generation verdient ist, die Wahrheit darüber zu erfahren, was sie verdient und zu empfangen würdig ist und nicht weniger als absichtliche wahre Liebe. Das ist ja schön euphemistisch zum Schluss. Ja, Love wins all, aber Liebe ist ja auch gut, ist auch nicht schlecht, aber dazu muss man eben wirklich mal die Dinge ansprechen, die wichtig sind. Das hat sie sich nicht getraut in dem Artikel. Wahrscheinlich, weil sie weiß, wie der Woke-Mob ankommt und sie steinigen würde. Ich denke, ist das nicht unklar. Das, was ich nochmal ergänzt habe, wird ihr irgendwo auf irgendeiner Ebene des Bewusstseins irgendwie schon klar sein. Ja, aber das muss man dann auch eiskalt ansprechen und eben anders normieren. Und ja, also hier ein kleiner Ausblick, was uns sozusagen auch schon blüht, schon hier ist, was uns weiterhin blühen wird in dieser Datingkultur. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant, hat sich jetzt nicht so viel Neues daraus ergeben, aber es ist ja immer wieder interessant, das bestätigt zu sehen, auch aus anderen Quellen. Insofern endet meine Arbeit hier und eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald. Ahoi und bis bald. Ahoi und bis bald. Ahoi und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020